Prügel, Eklat und Drohungen, so gnadenlos bricht David Schumacher mit Mama Cora aus Rufezeichen.Salzburg, Österreich, es ist Zeit, dem ein Ende zu setzen. David Schumacher, 22, will den peinlichen Rosenkrieg seiner Eltern nicht mehr kommentarlos hinnehmen. In einem ausführlichen Statement rechnet der 22-Jährige jetzt gnadenlos mit Mutter Cora, 47, ab. Ich wollte mich zu familiären Angelegenheiten nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere privaten Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt, beginnt der Rennfahrer in seiner Instagram-Story. Dann geht's richtig rund, meine Mutter hat leider, schon seit ich denken kann, mentale Probleme, wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Ups und Downs. Punkt anschließend nennt David konkrete Beispiele. Als er vier oder fünf Jahre alt gewesen sei, habe seine Mutter das Auto, mit ihm auf dem Beifahrersitz, gegen einen Baum setzen wollen, um alles zu Ende zu bringen. Eine enge Freundin habe zum Glück noch rechtzeitig alle Schlüssel verstecken können. Mit 13 sei er einmal alleine mit seiner Mutter in den Urlaub gefahren. Cora erlitt dabei einen Nervenzusammenbruch und musste in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werden. Mitten in der Nacht eilt der Ralf seinem Sohn zu Hilfe, ich war froh, dass Papa da war, erinnert er sich heute. Weiter schreibt David, als sich meine Eltern 2015 scheiden ließen, wurde mir von meiner Mutter gedroht, dass, wenn ich nicht mit ihr zusammenleben würde, sie mir meinen Lebenstraum zerstören würde. Cora wollte also die erforderlichen Dokumente für die Rennsportkarriere nicht mehr unterschreiben. Es kam zum Bruch aus Rufezeichen.David Schumacher berichtet von Prügelattacke, Cora soll Reif vermöbelt haben. Da ich nicht in einem Umfeld aufwachsen wollte, in dem es nur darum ging, was für ein schlechter Mensch mein Vater sei, wollte ich nicht mehr in ihrer Umgebung sein, stellt der 22-Jährige klar. Seine Mutter sei damals einfach nicht in der mentalen Lage gewesen, sich um ihn zu kümmern. Als sein Vater ihn einmal gegen ihren Willen habe mitnehmen wollen, habe Cora ununterbrochen auf ihn eingeschlagen. Die Polizei musste eingreifen.Später habe er seiner Mutter dann mehrmals die Chance gegeben, sich mit ihr wieder zu versöhnen. Leider hat es nie geklappt, bedauert David. Auch Papa Reif habe sich immer wieder für ein besseres Verhältnis der beiden eingesetzt. Ohne Erfolg.Coras aktuelles Verhalten bezeichnet der ehemalige DTM-Pilot derweil als absolute Frechheit. Und weiter, meine Eltern sind nun seit neun Jahren geschieden. Bitte lass uns doch endlich in Ruhe und unser Leben leben, wir lassen dich auch in Ruhe. Abschließend stellt der gebürtige Salzburger dann noch unmissverständlich klar, dies ist das erste und das letzte Mal, dass ich mich zu diesem privaten Thema öffentlich äußern werde. Cora hat bislang noch nicht auf die Abrechnung ihres Sohnes reagiert. Cora wirft Ralf Schumacher Lügen vor.Konkret bezieht sich das Schreiben auf Aussagen Ralf Schumachers bei Instagram und in einem Interview bei RTL. In dem Instagram-Post hatte Schumacher dem Schreiben zufolge geschrieben, dass Cora Etienne und ihm gratuliert habe, das aber nun anders darstelle. Ich finde es schade für Etienne und mich, dass sie so viele Lügen verbreitet. Wir beide möchten doch einfach nur unsere Ruhe haben, heißt es weiter. Die Antwort darauf im Anwaltsschreiben, dies ist falsch, unsere Mandantin hat in Bezug auf sie und ihren Lebensgefährten keinerlei Lügen verbreitet, erst recht nicht so viele Lügen. Durch die Darstellung als Lügnerin seien für Cora Schumacher auch finanzielle Nachteile entstanden, erklärt das Schreiben, ohne weitere Details zu nennen. Auch in dem Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig soll Ralf mehrfach die Unwahrheit gesagt haben, heißt es in dem Schreiben. Dort betonte er etwa, dass er seine gesamte Ehe lang treu gewesen sei. Das bestreitet seine Ex-Frau nun offenbar, der Brief bezieht sich auf Beweise, verzichtet aber erneut auf Details. Auch eine im Interview gefallene Aussage, dass Cora eine Schlichtung des Streits verhindert habe, ficht sie nun an. Zwar habe sie Ralf bei WhatsApp blockiert, per SMS und Anruf sei sie allerdings weiter erreichbar gewesen, betont das Schreiben. Punkt in ihrer Story legte Cora Schumacher selbst noch einmal nach, ein Screenshot soll ein Telefonat mit Etienne am 18. August belegen. Ich kann die gequirlte, Code-Emoji, in den zahlreichen Liebesinterviews, öffentlichen Outings und selbst- bzw. Produktausstellungen langsam nicht mehr hören, schreibt sie dazu. Ständig würde sie als Person hineingezogen, klagt sie. Warum wohl? Ralf Schumacher hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Schreiben geäußert. Ralf Schumacher hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Schreiben geäußert. Ralf Schumacher hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Schreiben geäußert. Vielen Dank.